In dieser Lektion geht es um die Feststellung, dass jede Abweichung vom Ideal einen Verlust für die Gesellschaft bedeutet. Wir besprechen, was das genau heißt und welche Forderungen sich daraus ergeben. Und damit nochmal ganz herzlich willkommen zu dieser Lektion, die im Wesentlichen zwei Lernziele hat. Am Ende sollten Sie verstanden haben, dass Abweichungen von einem Ideal diverse Verluste nach sich ziehen können und diese umso größer sind, desto größer die Abweichung ist. Des Weiteren sollten Sie dann daraus abgeleitet verstanden haben, was die Verlustfunktion nach Taguchi ist. Dazu ist diese Lektion in zwei Kapitel aufgegliedert. Im ersten Kapitel sehen wir uns am Beispiel des Ölverbrauchs eines Autos den Zusammenhang zwischen einer Maßabweichung und den verschiedenen Verlusten an. Im zweiten Kapitel leiten wir dann aus diesen Erkenntnissen die allgemeine Verlustfunktion nach Taguchi ab. Los geht's mit dem ersten Kapitel und dem Fallbeispiel von einer Maßabweichung zum Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Hier ist systematisch und sehr stark vereinfacht das Innere eines Verbrennungsmotors dargestellt. Wir stehen aus einer Ölwanne, dem Motorkolben, der Zylinderwand und hinter dem Auspuff die Umwelt. Durch den Spalt zwischen dem Kolben und Zylinderwand kann bei laufendem Motor immer auch eine kleine Menge Öl in die Brennkammer gelangen und von dort in die Umwelt. Die Menge Öl, die dabei in die Umwelt gelangen kann, ist dabei umso größer, je größer der Spalt zwischen Kolben und Zylinderwand ist. In Vorbereitung auf die Verlustfunktion nach Taguchi bauen wir uns als nächstes anhand dieses Beispiels ein entsprechendes Diagramm auf. Im Beginn tun wir mit der x-Achse für den Durchmesser des Kolben. Da wir ja schon festgestellt hatten, dass der Ölverbrauch umso größer ist, je kleiner der Durchmesser des Kolben ist, fügen wir ebenfalls eine Achse für den Ölverbrauch ein, die diese Beziehung berücksichtigt. Als Kunde wünscht man sich natürlich, dass das eigene Auto gar kein Öl verbraucht. Denn schließlich ist das Nachfüllen von Öl immer mit Kosten verbunden, die man sich gerne sparen würde. Wenn also bei einem Kolbendurchmesser von 60,1 mm der Ölverbrauch 0 Liter auf 1000 Kilometer betragen würde, dann sind das die anzustrebenden Zielgrößen. Wenn der maximal zulässige Ölverbrauch 1 Liter auf 1000 Kilometer betragen darf und dies bei einem Kolbendurchmesser von 60 mm der Falle ist, dann sind dies die oberen Grenzmaße. Auf der y-Achse können jetzt Verluste abgetragen werden, die entstehen, wenn von der Zielgröße abgewichen wird. Da diese vielfältig sein können, belassen wir es zunächst einmal bei der allgemeinen Bezeichnung Verlust. Der Zusammenhang zwischen Abweichungen von der Zielgröße und den potenziellen Verlusten wird durch die sogenannte Verlustfunktion dargestellt, hier in blau. Gucken wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an Verlusten an, die entstehen, wenn der Durchmesser von seinem Ideal abweicht. Als erstes ist hier der schon besprochene Verlust an Öl aufzuführen. Da das verlorengegangene Öl ersetzt werden muss und dies mit Kosten verbunden ist, hat man ebenfalls einen Verlust an Geld. Öl, das durch den Spalt in die Brennkammer gelangt, wird anschließend über den Auspuff in die Umwelt gelassen. Diese Abgase sind schädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen, sodass man auf jeden Fall auch einen Verlust an intakter Umwelt hat. Und last but not least, wenn der Ölverlust größer ist als vom Besitzer toleriert, so hat dies auch einen Verlust an Kundenzufriedenheit zur Folge und letztlich gegebenenfalls auch einen Imageverlust des Fahrzeugherstellers. Das sind dann jedoch eine ganze Menge an Verlusten, die eine Abweichung des Kolbendurchmessers von seinem Ideal zur Folge hat. Selbst dann, wenn die Abweichung gemäß Spezifikation zulässig ist. In diesem Kapitel machen wir nun den Schritt von dem eben besprochenen konkreten Fallbeispiel hin zur verallgemeinerten Version nach Taguchi. Den linken Teil des Diagramms haben wir ja eben besprochen. Hier wurde jetzt zusätzlich die rechte Seite hinzugefügt. Weichte der Kolbendurchmesser von seinem Ideal nach unten ab, so ergaben sich die schon besprochenen Verluste an Öl, Geld, intakter Umwelt und Kundenzufriedenheit. Bei einer Abweichung des Kolbendurchmessers von seinem Ideal nach oben ließen sich mit etwas Fantasie Verluste an Leistung aufgrund erhöhter Reibung, Lebensdauer, Geld wegen Verschleiß und wieder Kundenzufriedenheit herleiten. Klar, das Beispiel ist stark vereinfacht, aber das Prinzip der Verlustfunktion sollte hoffentlich klar geworden sein. In diesem letzten Bild ist dann die Verlustfunktion nach Taguchi in allgemeiner Form dargestellt. In der Mitte befindet sich die Zielgröße. Von dieser kann in beide Richtungen abgewichen werden. Verluste sind allgemein als Verluste für die Gesellschaft definiert. Und damit hätten wir die Verlustfunktion nach Taguchi hergeleitet, die besagt, dass jede Abweichung von der Zielgröße einen Verlust für die Gesellschaft bedeutet. So, das war jetzt sicher eine ganze Menge an neuen Informationen. Deshalb möchte ich zum Schluss die drei wichtigsten Kernaussagen noch einmal zusammengefasst wiederholen. Jede Abweichung von der Zielgröße bedeutet einen Verlust für die Gesellschaft. Je größer die Abweichung von der Zielgröße, desto größer der Verlust für die Gesellschaft. Das Streben nach Zielgrößen ist ein Anreiz zur ständigen Verbesserung. Wenn Sie diese Lektion hilfreich gefanden, dann lassen Sie es mich bitte wissen und hinterlassen einen Kommentar. Vielen Dank dafür, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.